Hey Leute, der Sturm geht weiter. Cornelius will Erik, trotz dessens Verhaftung, so lange wie möglich hinter Gitter bringen. Maya gibt Hannes gegenüber offen zu, dass Florian ihr noch immer etwas bedeutet. Aber er ist für sie Vergangenheit und eine Zukunft kann sie sich ausschließlich mit Hannes vorstellen. Hannes gibt sich damit zufrieden, schiebt allerdings seinen Plan, Maya bald einen Heiratsantrag zu machen, weiter von sich. Erik nimmt irritiert eine Annäherung zwischen Ariane und Selina wahr. Als sich Maya und Hannes ihrem Glück widmen, bemerken sie nicht, dass sie beobachtet werden und das ausgerechnet von Florian. Erik kommt die Annäherung zwischen Ariane und Selina komisch vor und stellt sie daraufhin aufgebracht zur Rede, sie hat Florian die Daten zugespielt. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass uns bitte eine positive Bewertung da und falls du es nicht schon getan hast, abonniere diesen Kanal, um keine Vorschau-Videos zu verpassen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.